okay also ich bin von der schweiz aber ja sagt ihr ehrlich da mache ich keinen unterschied also das ist gut ich gehöre dazu ja ja ist auch bestimmt reich du hast bestimmt viel geld immer das gleiche immer das gleiche das sagen wir ja ja egal wer alle deutschen freunde die ich habe du bist reich ist nicht so sagte bis ein bisschen ja aber okay das ist auch verdient der unterschied ist zahlen für den döner zahle ich zwölf und du zahlst drei ja das ist wirklich ein unterschied meister sag ich ehrlich da bin ich auch nicht heiß drauf also wir haben zwar geld aber bei uns kostet hat alles mehr sonst da muss ich auch irgendwie ausgleichen er genau sagt also die wirtschaftlich laufen und kommt hierher jetzt das liegt dass du bist du doch wo kommst du ja also aus hamburg aber in düsseldorf gefahren ist saarland enttet das die ball entspannt die auch saarland ja 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 dg du weißt ja anders bescheid oder was dann weiß ich auch wer du bist wie wir wer ist ich du ja ja du klingst so und du kommst aus dem saarland betriebe ich aber ich angst kaiser nicht schlecht nicht den richtigen riecher ja ich kenne deine videos wie geht es deinem arm geht es ist schon besser aber noch nicht so gut so wird sich aber jetzt noch ein bisschen ziehen aber kann zumindest wieder zocken hauptsache das ist gut dieser streck spawenschutz bei mir ja aber es ist noch ein paar auf dem dach ich hab den ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn braucht ihr irgendwas waffe platten ja was ist das wirklich alberto oder was als ob das alberto ist ich kenne ihn auch aber ich habe nie also ich kenne diesen song von ihm ich bin auf der hut auf der hut ich fragte jetzt ob der das ist egal wirklich legende wenn er es ist ich bin ja gerade am streamen und mein chat will wissen ob denn die rose alberto ist ja du scheiße digger du spielst hier mit berühmtheiten ja ich merke das schon das ist wirklich ein ganz wilder zufall ich bin euch auf einmal du sagst immer was alle schreiben alberto 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 ist wirklich ganz wild ich kenne ich bin ja so gar nicht im youtube game aber ja ich steame gerade auf twitch aber dein song kenne ich auch noch bei cod4 wo du so eine dritte person hinter dem auto sitzt der campersong ist wirklich leckend krass ist auch schon lange her digger wir machen am sonntag machen wir auf twitch ein turnier digger rebirth falls du nitschocken willst kannst du bescheid sagen ja ja also es ist kein eintritt aber gewinnerteam bekommt 150 euro amazon gutschein drei runden rebirth und punkte und platzierung zählt hat okay und was ist das vierer team also vierer team dann oder was drei dreier 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 team ich mache auch dazu noch so ein video ich habe jetzt auch so ein twitch account gemacht dann sage ich das auf mittwoch auf twitch und dann können ein paar leute mitmachen die lust haben korrekt das ist korrekt da sehe ich mich drinnen am samstag also quasi trio und dann einfach auf sonntag achso sonntag okay am sonntag schauen wir mal rein vielleicht weiß ich hätte es nicht sonntag dieses andere turnier dieses mina mendes also ansonsten wie gesagt turniere bin ich immer immer dabei aber ja was das hier für ein zufall ganz wild ganz wilder zufall extrem ja wir sind auch ich bin auch ein bisschen am streamen aber hatten nicht groß so auch wenn spannend sagt so aber dass das ändern wir noch wie heißt denn bei twitch auch so wie im game oder was leider nicht das ist mein größtes problem ich möchte das noch ändern aber irgendwie ist der name schon vergeben ich weiß nicht was ich da tun kann panda frau 20 ist auf twitter und vergeben ja genau jetzt heiße ich lukas sie grist alles an also mein ganzer name ist immer gut wenn das halt dasselbe in der luft macht der typ schon praktisch warte ich rechte ich mit heli machst du nicht noch mal einer land auf dem dach habe ich glaube ich habe zwei unter uns oder so genau ein habe ich sind die abgehauen ja die sind abgehauen ja ja scheiße sind gerade viele auf dem dach ganz klar auf dem dach deutsch der meinte der mich gerade gut und so ganz top nicht schon genug für loadout was zockt ihr gerade für waffen auch amex oder gerade kilo und ak aus coldwark ehrlich gesagt sogar ja ja genau genau die teste ich gerade ein bisschen echt ganz nice schweig finde ich auch ausrause ohne klasse julian ist zu mir gekommen von deinem stream echt er hat einfach deinen namen er hat mich du musst mir gleich schon deinen namen sagen ja aber dann richtig also komplett dann ein paar leute vorbeischauen ich weiß auch nicht ich möchte mir ein computer kaufen aber die grafikkarten so sind zurzeit alle ja ja ich weiß es ist ganz schwierig du scheiße du scheiße seid ihr schon oben drauf oder seid ihr unten ich bin unten ich bin oben du scheiße das sind die übergeeks hier unten aufpassen boah ne ich höre überall feste ich hab paramöten boah ach du scheiße du scheiße deine community lässt ein bisschen liebe da also muss das ja auch kostet ja auch nicht das sieht unter uns aber ich ziehe ich ziehe ich ziehe unten ab einer ist hier unten beim landet beim ich bin 28 jungs push mal hier richtung baustelle da wo unser lowlord liegt wenn ihr mir die 50 follows voll macht dann kann ich endlich den sub mode hast du noch keine 50 follows oder was ne 20 also ne 19 hatte ich jetzt habe ich 27 seit du hier bist das kriegen wir hin ja die sind die sind bei mir scheiße da sind echt ein paar drei stück oder so einer ist noch genau da wo du hinkommst hinter dem haus oh shit die Dreckdecke haben mich im Visier kompokrondo ja die sind immer noch ey der fällt nicht um ne ne ich hab deinen danny aber der nächste ist gekommen hallo sam jetzt gerade die hölle los kann das sein mhm ich kann einfach nicht rein ich konnte nicht rein die scheiße neue runde neues glück würde ich sagen sind die 50 follows aber toll jetzt ja 290 das ist das danke dir jetzt habe ich auch mehr motivation die alerts und alles so zu machen weil ja ist immer viel arbeit am anfang ja aber in corona hat man zeit ja das ist so jetzt ruhigermaßen außer dass ich mit den kindern viel zu tun habe ja hast du Kinder oder was ja ich bin vor einem jahr bin ich Vater geworden okay Zwillinge 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 ja genau alle Hände voll zu tun sagst du ja ja könnte man so sagen doch trotzdem ist doch was schönes ich hab hier nochmal eine Muni äh Armor Box falls ihr braucht ja jetzt schmeiß dich mal direkt hier ja ja können wir noch Bio ganz kurz rüber und sollten Muni bestoffen Muni kässt du? ja Geld liegt hast du eines? ne ne kannst du einer kaufen also warte mal lass mal ganz kurz zu viel oder die kostet 4k ja ne Danny hat genug Geld ja danke euch ach du Scheiße na los äh Alberto jemand fragt ob du auch streamst äh äh ja Donald sagt sogar das erste Mal jetzt kaputt sag kurz deinen Namen dass sie es wissen äh Danny Rose aber das Rose mit einem 0 geschrieben also Danny und dann Rose R 0 S genau so wie dein Name hier im Spiel ja na los äh den Chat siehst du auf der rechten Seite aber ich denke es ist ein bisschen unübersichtlich weil es zu schnell geht wenn ich hier zu viele Zuschauer hab sonst bei 3-4 ist es kein Problem wo wollt ihr hin? oh ich fick halt so das Kotzen das ist so ne ekelhafte Lobby die sitzen einfach zu viert in einem Raum und wie wird er nicht bestanden? komm lass mal Construction gehen hier oben sind auf jeden Fall irgendwie 4 Leute wo der Handy steht Alberto die wollen alle den den Klopapier sagen von dir dann gibst du live im Stream am Donnerstag die am live im Stream am Donnerstag die scheiben noch ja genau da hoch wer kommt oben liegt noch einer ist hier noch einer drüber? ich krieg's ich krieg's jetzt ich krieg's jetzt aber nichts mehr hin ohne Probleme Schatten aber danke ich krieg nix mehr hin hier kommt noch welche hier kommt noch welche hier kommt noch welche jetzt dicker das ist die schlimmste Lobby aller Zeiten gerade ohne Spaß äh äh boah hab ihn gesammt hinter euch hinter euch die kommen rein er ist so one shot ja ne ne ach du scheiße was war das für ne Lobby neue Runde aber ganz schnell schicken als ich ach du lieber schlicht dicker ich hatte gerade 3800 Schaden und 1 Kill geile Lobby sind die Alberto Lobbys und die Schweizer Lobbys mes bis 5 bis vis sends ico die bis